1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10 Okay, Drache, du hast länger überlebt, als ich gedacht hätte. Aber du hast nicht die geringste Vorstellung, was für Gefahren noch vor dir liegen. Ich rate dir, deinen Katzenfreund und die paar Eier, die du gefunden hast, zu schnappen und im Eiltempo nach Hause zurückzukehren, solange du noch kannst. Ich sage dir das in deinem eigenen Interesse, weißt du? Hey, Spyro, Zoe hat mir gesagt, dass sich das Tor öffnet, wenn du dieses Dings da triffst. Warum versuchst du nicht, diesen Stein dagegen zu spucken? Wenn du einen Stein aufgehoben hast, versuche mit der Dreiecktaste zu zielen. Ich sehe dich später drinnen. Wenn du eine Leiter oder eine erkletterbare Mauer siehst, spring einfach darauf und halt dich mit deinen Krallen fest. Hi, Spyro. Dies ist ein Superfeuer-Power-Punkt. Du findest noch mehr davon in allen anderen Welten verstreut. Probier ihn doch mal aus, indem du damit diese ganzen Übertöpfe zerbrichst. Ich habe gesehen, dass ein Rhinox ein Ei in einem von ihnen versteckt hat. Lass mich in Ruhe, Drache. Du hast kein Geld. Komm zurück, wenn du ein paar Edelsteine gefunden hast. Ah, mein lieber Freund Spyro. Die Zauberin hat diesen frechen Vogel erwischt, wie er in ihrer Feuerwerkfabrik Raketen gezündet hat. Ich wäre aber bereit, ihm deiner Obhut anzuvertrauen. Vorausgesetzt, dass du seine restlichen Strafen zahlst. Oh je, Spyro. Du solltest wirklich bezahlen. Ich glaube, er sehnt sich nach den Fjorden. Was für ein Trottel. Ich meine, das ist die beste Tat, die du je vollbracht hast, Spyro. Und so weiter und so fort. Du weißt schon, was ich meine. Ich habe die Situation analysiert. Wir brauchen fünf Männer, um den Kreisel zu bedienen. Wenn du aus jeder unserer fünf Welten eine Person zurückbringen kannst, helfen wir dir, diesen Kreisel zu benutzen. Der Kreisel ist jetzt repariert, aber wir brauchen mehr Hilfe, um den Kreisel zu benutzen. Mit Kumpeln aus allen fünf Welten können wir den Kreisel zum Laufen bringen. Du brauchst fünf Leute, die uns helfen beim Kreisel. Finde einen in jeder Welt. Lass uns zum Kreisel gehen. Legt mir den Zahn zu, Spyro. Wir gehen zum Kreisel. Los jetzt. Lass uns zum Kreisel gehen. Folge mir, Spyro. Der Kreisel erwartet dich. Der Himmel soll dir gehören. Lass uns zum Kreisel gehen. Du kannst den Kreisel jederzeit benutzen, wenn du bereit bist. Spring auf, Spyro. Der Himmel soll dein Reich sein. Neue Welten erwarten dich. Spring auf. Der Kreisel ist bereit, dich weit weg zu bringen. Spring einfach auf. Alle Systeme 1A in Ordnung. Spring auf. Hi, Spyro und Sparks. Ich habe noch ein verlorenes Ei gefunden. Wenn Sparks fit genug ist, kann er versuchen, es aus Spinnen statt zu retten. Hervorragende Arbeit, Sparks. Und wie ich sehe, hast du eine weitere Fähigkeit erworben. Wenn du jetzt die L1, L2, R1 und R2 Tasten gleichzeitig gedrückt hältst, zeigt Sparks dir jeden Schatz, der hier noch rumliegt. Ich würde nicht wieder dorthin zurückgehen wollen, mit diesen ganzen schaurigen Spinnen. Doch wenn Sparks sich Spinnen statt nochmal zu Gemüte führen will, ist mir das recht.